Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Daddy's World. Schön, dass du wieder dabei bist und ich würde sagen, wir sind auch wieder voll dabei. In der vergangenen Folge haben wir, oh wir haben richtig was geschafft, wir haben hier aufgeräumt, unser Lagerhaus gebaut und alle Sachen rumgezogen. Sollen wir mal gucken, sieht man von hier, hier ist ja der super Blick ins Lagerhaus. Ja, geht so. Wir haben da noch ein bisschen Verschönerung zu tun, aber alles in allem ist das Lagerhaus stark funktional. Das finde ich richtig klasse, das heißt wir können damit arbeiten und uns unseres Lebens freuen. Da unten wächst auch alles. Könnte auch mal wieder geerntet werden. Was ist da passiert? Ach, wir sind uns die Sachen ausgeschlagen, ich verstehe. Gut, dann stellt sich natürlich die Riesenfrage, was soll es heute geben? Stellen wir uns hier hin und gucken 20 Minuten die Wand an. Nein, natürlich nicht. Ich möchte etwas Ressourcensammlungen unternehmen. Wir haben auch immer noch keinen guten Weg, keinen guten Weg nach unten zumindest. Denn ich würde total gerne den Neta aufsuchen gehen, den Petaneta. Von daher gilt es also noch mal mindestens zwei weitere Diamanten zu finden und dann ein bisschen Obsidian abzuholzen. Und danach können wir uns dann wunderbar daran machen. Wunderbar daran machen. Tja, ich sag mal neue weitere Ressourcen aufzunehmen. Zum Beispiel alles das, was wir Schönes im Neta immer wieder finden. Aber ich werde mich jetzt erstmal ran machen und das hier wieder anpflanzen. Und dann würde ich tatsächlich mal vorschlagen, mache ich eine schicke, schicke kleine Mining Session. Boah, mal schauen, wie lang sie wird. Aber am Ende dieser Folge möchte ich unbedingt im Neta gewesen sein. Ah, werden wir das schaffen, werden wir das schaffen. Ich finde es cool hier. Ich mag es hier. Irgendwie hat das sowas, hm, ja schon beinahe Mystisches. Aber dieser blöde Vorsprung hier, der ist doof. Den machen wir irgendwann nochmal anders. Aber nicht jetzt. Jetzt geht es erstmal ans Anpflanzen und ans Minen. Da war ich jetzt gefühlt eine Stunde und länger unterwegs und habe endlich die ersten Diamanten gefunden. Und, uiuiuiui. Das hat sich doch glaub mal gelohnt. Uhuhu. So, jetzt kommt ein Creeper und fliegt uns, äh, jagt uns alle in die Luft. Ach Mensch, cool. Was haben wir denn jetzt? Plus eins, neun. Bam. Dieses Geräusch, ne? Das klingt immer so, als wenn hier gleich ein Creeper in die Luft geht. Aber ich suche noch ein bisschen weiter, weil insgesamt, wenn ihr mal guckt, ne, das war jetzt noch nicht so super erfolgreich hier. Also das ist schon mal ganz gut. Das ist auch okay. Aber der Rest, da geht noch ein bisschen mehr. Muss schwimmen. Muss schwimmen. Ähm, mehr Diamanten. Sehr gut. Ich werde ja beinahe denken können, so 12, meine Güte, so jetzt müssen wir nur gucken, wie wir, achso, so natürlich, wie, wie, wie weiterkommen, ah, ich guck mal, ich werde irre, ich höre was, ein Schleim, ein Schleim, ein Schleim, es funktioniert, es funktioniert so dermaßen schlecht, das ist ja echt unglaublich, das ist weg, tot, kaputt, du auch, du auch, du auch, du auch, am Eck, kaputt, wenn das nicht mal eine ordentliche, ja, ich habe keinen Platz mehr, ich habe keinen Platz mehr, was mache ich denn, so, 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 und, äh, ich kann mich nicht entscheiden, was schmeiß ich weg, was schmeiß ich weg, was schmeiß ich weeeeg, Knochen, nee, Knochen schmeiß ich nicht weg, Flammer, moin, yes, ähm, was können wir wegschmeißen, was können wir wegschmeißen, was können wir wegschmeißen, ich weiß einfach nicht, was wir wegschmeißen können, na komm, hier, okay, Kies, braucht kein Mensch, Kies Richards, okay, super, na dann, äh, ich bring ihn nach oben und wir gucken mal, wie erfolgreich ich war, Boah, ich bin so gespannt, ich habe jetzt mal alle relevanten Rohstoffe hier in diese Kiste hier oben eingelagert und, äh, ja, auch Cobblestone ist in gewisser Weise relevant, also erstmal fangen wir an, von links nach rechts quasi die Relevanz für mich persönlich oder so, keine Ahnung, erstmal zwölf Diamanten, yes, macht uns zusammen 13, hurra, neun weitere Schleimwälle macht, ich glaube, dann jetzt 14 oder 15, auch gut, dann 3, über dreieinhalb Stacks Redstone, über anderthalb Stacks Bluestone, ha, nein, also Lapis, anderthalb Eisenerz, hm, na, fast ein Viertel, Gold, 2, 4, beinahe 6 Stacks Bruchstein, 5 Schwarzpulver und ein knappe halber Stack Kohle, das ist jetzt, ähm, natürlich nicht die tollste Ausbeute, aber immerhin ein bisschen was, ich sortiere das jetzt um und dann mache ich mir ein bisschen, äh, Diamantbesteck und klöppel mir ein bisschen, hab's Idean zurecht. Södele, alles Roger, ich habe jetzt, wenn wir ins Inventar schauen, 24 Obsidian, das reicht um zwei Portale und ein Verzaugungsdienst, auf den Tisch, ähm, zu bauen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo setzen wir unser Portal hin? Also das zweite Portal ist gedacht, um den Schnellreisepunkt im Neta für den, äh, für die, für die Dorfanbindung zu machen. Ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken, entweder darüber, ne, also darüber, oder halt von hier aus irgendwie da oben rechts nochmal abzubiegen in den Berg da drüben hinein, um dann quasi hier so eine Art, das ist so praktisch, ähm, hier dann vielleicht so eine Art, hier so, so Durchbruch oder sowas und dann hier rüber, um dann hier den, ähm, Verzauberungsbereich zu machen. Mann, das ist schwierig. Ich hatte gehofft, das würde nicht so schwierig werden. Ähm, kommen wir denn dahin, wenn wir mal hier durchgehen würden? Einfach nur mal Spaßeshalber. Ich muss ausprobieren. Darf ja, oder muss ja sogar erlaubt sein. So. Wenn wir hier jetzt einfach schräg rüber bauen würden, zum Glück haben wir noch genug, also das wird, das ist jetzt ja nur alles ein Provisorium, ne? Hust, 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 hust. Ähm, dann würde hier nochmal so ein Holzding, sie kommt von, da ist ein Dreierbreitergang, ein Dreibreitergang, dann, huaah. Also so, so, so. Dann zwei in dem Mittel und dann hier außen wieder. Und wem das bekannt vorkommt, ja, das war schon mal mein Versuch für die erste schräge Brücke, ähm, rüber zur Hühncheninsel. Aber, das ist damals ja leider nichts geworden, das Gründen. So. Na, guck an. Doch, ich glaube, wenn wir uns hier rüber verteilen, dann gefällt mir das grundsätzlich schon mal ganz gut. Gut. So. Dann kommen wir wo an? Warte mal, dumm, dumm, dumm. Hier. So. Könnte man hier so einen Eingang machen. Hm. Das Bild ist jetzt ja natürlich nur, aber sagt ihr. Dann holen wir uns einfach nochmal zwei mehr, dann machen wir hier ein, boah, dann machen wir das, dann machen wir das schick, machen wir das. Warte mal. Also, was hab ich gesagt? Hier kommt Holz hin. Hm, 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 hm. Hm. Das ist jetzt schwierig, aber... Und wer kommt dann an links daneben? Nichts. Egal, weißt du was? Egal, weißt du was? Das, äh, das sehen wir mal nicht so genau. Woos. So, und dann so, so, und so. Ne, jetzt haben wir zwar zwei zu wenig, aber hey, haben wir den, hab doch irgendwo, hab ich doch, drüben. Und Flint in Stone können wir auch nicht machen, weil wir keinen Flint mehr haben. Flint in Steel eigentlich, entschuldigung. So. Da hätte der hingehen müssen. Alles ein nach rechts. Alles ein nach rechts. Hm. Ne, also von dem, da rein und dann ein nach rechts. Von dem... Weiß. In die Richtung. Von dem, da rein und ein nach rechts. Ja ja, genau. Dahin hättest du musst. Warte, lass. Das, äh, mach ich schnell weg. Moment. Roger, also das ist der Weg. Ich hab das Tor noch mal versetzt und jetzt... Oh, das wird dann auch der Zugang quasi zum... ...verzauberungsbereich, den wir noch nicht machen können, weil wir kein Leder haben, aber... ...jetzt erstmal... ...häh! Luft anhalten! Klappt's mit nem Leder! ...häh! Puh! Gut. Achso, hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Erstmal... Uäh! Achja. Muss ich mich jetzt dran gewöhnen, dass mit dem... ...erweiterten Texturenpaket hier jetzt natürlich auch... ...ja... ...wie unangenehm... ...ja, wie unangenehm... Puh! Puh! So, denn... Uäh! Weswegen wir auf jeden Fall hergekommen sind, ist... ...jenes hier. Also nicht unbedingt Level... Alter! Uff! Hilfe! Ich weiß schon, warum der Nähter nicht mein Lieblingsbereich ist. Ah, halt die Klappe! Spiel! Ist ja paranoid bei! Also tatsächlich der Grund, warum... Warte mal... ...wenn wir schon mal hier sind. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit und... ...kloppeln uns nochmal eben zwei... ...dann müssen wir nicht nochmal runterlaufen, haben wir trotzdem noch genug. ...dann siehst du mal... ...dann siehst du mal... ...höh... ...äh... ...ah... ...das war ja toll... ...ok... ...geet... ...das ist ziemlich dunkel für einen Nähter... ...das ist ziemlich dunkel für einen Nähter... ...das ist ziemlich dunkel für einen Nähter... ...oder sind wir einfach nur so hoch? Alter, was ist denn... ...was ist das denn bitte für ein Nähter? Abgefahren... ...ok... ...den müssen wir uns auf jeden Fall mal bei... ...die Gelegenheit etwas genauer angucken... ...hallo... ...bis dahin... ...aber... ...müge ich mich damit hier noch ein bisschen... ...Kwarz... ...dem Gebäck zu kloppen... ...den das ist das, was ich brauche... ...das ist das, was ich möchte... ...äh... ...gleich wieder nach Hause... ...aber hey... ...wir waren im Nähter... ...finde ich gut... ...sagt in die Zeit... ...Zeit müssen wir ein bisschen im Auge behalten... ...aber das ist... ...das ist toll... ...warte mal... ...das ist dann hier bei diesem... ...erzgedönse... ...ja... ...seh'n die Arme... ...kommt... ...die Erleicht hier mit dazu... ...und... ...das dahin... ...klasse... ...gut... ...jo... ...okay... ...ich guck mal... ...wieviel Zeit wir noch haben... ...und dann kümmern wir uns vielleicht... ...noch mal um den... ...verzauberungstisch... ...bis gleich... ...also eigentlich kann ich sagen... ...die Wege sind nicht wirklich kürz... ...also nicht wirklich kürz... ...also kurz... ...und erst recht nicht kürzer... ...waa... ...geh du weg... ...geh du weg... ...so... ...kopf... 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 ...und aus Versehen irgendwo was liegen... ...was lassen... ...dann musst du ewig rennen... ...aber... ...ach... ...das schneide ich alle eh raus... ...jetzt ist es soweit... ...wir bauen uns unseren... ...Zaubertisch... ...hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch... ...nein... ...da ist er... ...huuu... ...ja... ...sehr gut... ...und... ...platzieren... ...und... ...kommt hier rein... ...wir brauchen ein bisschen Platz drum herum... ...dann platzieren wir ihn hier... ...mensch... ...wow... ...hahaha... ...tja... ...haben ja noch keine Bücherregale drum zu... ...das kommt dann später... ...ähm... ...jetzt war es das aber erstmal... ...ich bin sehr froh, dass ich die Folge noch geschafft habe... ...das hier machen wir natürlich irgendwann alles nochmal schick... ...ääh... ...betonen wir doch irgendwann... ...ähm... ...ja... ...das heißt... ...Urlaub ist vorproduziert... ...yay... ...cool... ...das freut mich... ...ich hoffe dich auch... ...wir sehen uns das nächste Mal wieder... ...wenn es heißt... ...Big Daddy's World... ...Minecraft mit Herrjj... ...hier bei mir auf dem Kanal... ...also... ...macht's gut und bis dann... ...Ciao...